Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. So, weiter geht's. So soll es sein. Ja, ich hör's. Oha, da wird schon Blut gezaubert hier. Vollkommen. Nee, das ist nicht der. Oh Gott. Nein, ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Drache aufgetaucht ist. Wartet einen Moment. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Es ist abgeschlossen. Seht zu, ob ihr das knacken könnt. Möglicherweise brauchen wir das Gold, wenn wir hier rauskommen. Das werden wir natürlich auch machen, ne? Euch etwas Nützliches und dann los. Und dann los. Natürlich Ruckizucki Eisenstreitachs, ne? Ich meine, mit 19 Schaden. Die ist aber leider zweihändig. Sie ist in dem Sinne zu langsam für meinen Geschmack. Kaiserliche leichte Rüstung. 2,5 von 18. Ein Stahldolch. Das klingt eigentlich gar nicht mal so verkehrt. So, wir werden natürlich jetzt erstmal Stück für Stück uns ein wenig bewegen, um alles einzusammeln. Wie ihr seht, auch hier haben wir wieder so einen dicken Wälzer. Wir werden ihn einfach mal mitnehmen. Ich hoffe, wir dürfen die auch alle tragen. Und ihr seht, diese Bücher, die schimmern jetzt nicht. Das ist so eine Einstellung dafür, die ich vorgenommen habe, damit ich jetzt nicht alle Bücher verpasse. Hier im Turnister haben wir auch nochmal Dietriche. Zaubertrank der kleinen Heilung. Das ist schon mal schön. Und wir haben natürlich auch das Buch von Drachenblut. Wird mal mitnehmen werden. Das ist auch so ein Mega-Wälzer. Aber solange wir sie mitnehmen können, trifft sich das ganz gut. So, das ist nämlich das Knacksystem hier. Benutze die Maus und weh. Genau. Wir müssen jetzt gucken, wie wir das Schloss aufkriegen. Und er sollte natürlich, wenn es geht, jetzt nicht allzu viel zappeln, weil der Dietrich kann auch brechen. Warum ich jetzt alle Schlösser natürlich knacke, liegt daran, dass wir dafür Skill-Punkte bekommen, wie ihr auch unten rechts vielleicht gerade eben gesehen habt. Wir haben ein Skill-Talent-System, Zauberbuchfunken. Und je öfter wir knacken, desto besser werden wir in diesem Skill. Es ist ein ganz interessantes System. So, er hat jetzt die Magier-Robe dabei der Regeneration. 50% schneller ist mächtig. Und die Magier-Kapuze steigert die Magiker um 30 Punkte. Da werden wir auch erstmal alles mitnehmen. Und ich glaube, wir werden das auch ausstatten. Wir müssen mal gucken. Wir verlieren zwar Schutz, aber ich meine als Magier... Ja, am Anfang spielt es sich recht gut. Zumindest erstmal. Ist ja auch eine leichte Rüstung. Und dann mal ans... Oh. Nächster Schloss. Nee, ihr seht, man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Wird mir nicht immer gelingen. Wir werden einige Dietriche verlieren. Aber ich glaube, nicht allzu viele. Den Eisendolch lassen wir hier. Der Stahldolch war ganz gut. So, dann lauft ihr ruhig mal weiter. Wir haben hier nämlich noch so ein paar schöne Zellen. Ihr seht ja schon, ne? Und ein Schloss knacken. Wie gesagt, finde ich ganz ein... Oh. Interessanter System. Und da ist er natürlich direkt weg. Na, komm schon. Na, komm schon. So. So. Verbessert auf 16. Denn je höher wir kommen, desto besser ist es für uns. Denn wir haben auch... ...habe ich mich schon mit auseinandergesetzt. Natürlich mehrere verschiedene Skills. Die wir dann auch einsetzen können, wenn wir das Skill-Level haben. In diesem Beruf, sag ich jetzt mal. Oder in diesem Talent. Geldbeutel. Skelett hat Knochenmehl. Und nochmal Yolt dabei. Oder sagen wir mal einfach Septim. Das passt schon. Aber diese Lichteffekte, ne? Finde ich unglaublich toll. Haben sie sehr, 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 sehr gut gemacht. Also richtig gut. So. Knochenmehl, denke ich mal, wird wichtig. Ist eine alchemistische Zutat, wenn ich mich jetzt nicht irre. Wir haben hier wirklich alle Berufe abgedeckt. Und bin gespannt, auf welchen Weg wir gehen werden in diesem... ...in diesem Let's Play. Ja, dann machen wir das doch, ne? Zusammenhalten. Lassen wir ihn vorlaufen. Er ist ja relativ stark, ne? Der Rahlhof. Ich meine, wir können auch ein bisschen vorlaufen. Aber er soll eine riesige Welt sein. Oha. Jetzt habe ich noch die Freundin... ...die angekokelt. Brennen. Ha. Trägt mal schnell rüberlaufen. Denn das ist auch so eine ganz... ...fassbare Sache, dass man nämlich auch Sachen anzünden kann. In dem Sinne, dass Öl... ...ist wirklich ein tolles Spiel. Ich frage mich selbst, warum ich das erst so... ...später angefangen habe. Also wie gesagt, die Feinheiten fehlen natürlich noch. Das müsst ihr entschuldigen. Aber das werden wir schon alles hinkriegen. Ein Langbogen, jawohl. Und Eisenpfeile. Die werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Ähm... ...gibt mir die Brustrüstung mit. Hat ja am meisten Wert. Wir gucken mal, wo lagen jetzt die anderen. Es ist halt nicht immer einfach, die dann zu finden. Jetzt hat er auch wieder eine kaiserliche Rüstung, ne? Aber gut. Nehmen wir sie mit. Solange wie wir können. Ein Langbogen reicht uns, glaube ich. Ja. Wir sind ja schon bei 255. Das ist halt... ...wiederum ein bisschen fies, finde ich. So, sonst noch irgendetwas? Irgendwo versteckt? Wer weiß, wer weiß. Schöne Pflanzen. Ich dachte, man kann die mitnehmen oder so. Aber das ist alles nur... ...standards. Ja, aber ich glaube, wir haben alles, ne? Nur noch hier oben eben einmal gucken. Und ich habe mich auch, ähm... ...gewisserweise für manche Modifikationen... ...ganz klar dagegen entschieden. Weil es a halt nicht in meinen Augen gepasst hat. Oder b, dass sie so entscheidend gewesen sind, dass man Skyrim am Ende nicht mehr wiedererkannt hätte. Und das wollte ich natürlich jetzt nicht machen. Ich wollte es halt so klassisch wie möglich halten. Obwohl ihr schon seht, ne? Rüstung haben wir hier. Mal sehen, wo das hier hinführt. Eine Fackel. Sehr gut. Ähm, dass hier manche Charaktere natürlich schon eine besondere Rüstung tragen. Aber das ist alles nur Textur. Na, das sieht schön aus. Das macht Spaß. Da habe ich gar nichts dagegen. Wie gesagt... Wir müssen weiter. Der Rüst wird sich einen anderen Weg nach draußen suchen müssen. Oha. Ach, sieh mal einer an. Da haben wir ja auch noch was. Ein bisschen Geld. Jawohl. Gibt das alles her? Skelett hat auch noch ein bisschen Geld dabei. Sehr gut, sehr gut. Zum Glück kommen wir noch mal raus. Ja, und ich bin gespannt, was die, was die Story dann sozusagen hat. Also, was sie so mit sich bringt, versteht sich, ne? Also, das, das ist halt so die Sache, wo ich mir am meisten Gedanken darüber gemacht habe jetzt in der letzten Zeit. Nee, da kommen wir nicht durch, ne? Wir sollten es wohl besser hier entlang versuchen. Okay. Und natürlich für die Leute, die es nicht kennen, wovon ich jetzt nicht ausgehe, ich werde der Einzige sein, der es nicht kennt. Wir haben natürlich einmal die First- und Third-Person-Ansicht. Das ist beides sehr, sehr cool. Ich weiß noch nicht, wie wir spielen. Und da haben wir euch ja die ersten Frostbiss schon. Oh, Entschuldigung. Brutzel, Brutzel. Oh ja, das haben sie. Guckt sie euch mal an. Also, das ist halt schon... Boah. Krieg ich auch ein bisschen Gämserhaut, obwohl ich so ein Spinnenfreund bin. Achso, nee, du warst leer. Da ist aber noch eine. Wir bekommen von denen Frostbiss-Gift. Das können wir, glaube ich, irgendwie... Verzaubern auf die Waffe oder Nutzen. Ich habe es noch nicht gemacht. Damit vergiften wir selbstverständlich dann den Feind. So, jetzt müssen wir nur mal gucken, ob wir... Ne, da war ja nichts, ne? Achso, genau. Weil ich mal testen wollte. Okay, es hätte ja sein können, weil ich glaube, das sind ja die Eier. Und ich dachte, die Eier platzen irgendwie, dass man die halt vernichten kann. Aber man darf sie durchsuchen. Wir kriegen ein Spinnenei. Und natürlich haben wir hier auch die ein oder andere mumifizierte Leiche, ne? Das ist ja ein richtiges Spinnnestier gewesen. Das ist ja mal richtig eklig. Da möchte man nicht enden wie Frodo. Lecker, lecker. Also, da oben haben wir, glaube ich, auch noch was. Gehen wir auch eben kurz hin. Ja, ich komme ja jetzt gleich. Hab Geduld. Eisenstreitkolben. Ne. Ich bin so mal gespannt anhand der Waffengattungen, wie das dann eigentlich ist. Ob Skyrim sich... Ich meine, ich könnte es ja nachlesen. Oder hier schreibt es mir in den Kommentaren. Ähm, ob wir... Ob das halt so ist, dass zum Beispiel jetzt die eine Waffe eine Hiebwaffe ist. Oder das Schwert eine Hiebstichwaffe. Da liegt auch noch was. Ein Eisendolch. Ja, dann lieber den Zaubertrank. Und das ist ganz interessant. Ja, ich... Lasst uns versuchen, an ihr vorbeizuschleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr sie. Geht voraus. Ich folge und gebe euch Deckung. Ja, ein dicker, großer Bär, ne? Werden wir uns gleich drum kümmern. Also es gibt wirklich beide Varianten. Ähm... Ein Eisenhelm. Viel Gewicht. 60. Bär schick. Ähm... Wir dürfen dran vorbeischleichen. Und noch ein Geldbeutelohr. Da war richtig viel Geld drin. Ähm... Aber ich möchte sie natürlich, wenn es geht, erlegen. Wir werden mal den Langbogen favorisieren. Und ich wollte so oder so mal eben gucken. Ähm... Den Zaubertrank der kleinen Heilung. Den kann man auch auf die Favoritenliste nehmen, ne? Ja, sehr gut. Okay. So, und jetzt war es ja mit Kuh, ne? Mit Kuh. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe jetzt keinen Heiltrank geschluckt, oder? Ich hoffe nicht. Ach so. Warte mal. Ich sehe gerade hier, ne? Wir dürften... Oh, das ist ja mal interessant. Ah. Ich darf den jetzt auf die Eins legen? Ja, wir haben uns geheilt. Schade. Ja, müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Habe ich dich jetzt ausgerüstet? Aha. Wir dürfen sogar unter den Favoriten dann hoch... Ah, okay. Das wusste ich nämlich, äh, noch nicht. Also so sieht's aus. Zack, zack, weg ist er. Ähm... Wie kriege ich dich jetzt? Weg? Ach so, ich habe jetzt einfach nur gewechselt. Okay. Übung macht den Meister. Ein Höhlenbär. Hat natürlich einen dicken Pelz dabei. Nehmen wir mit. Sehr gerne, sogar. Eieieiei. Das sieht schon recht fies aus, ne? Aber ich glaube, wir müssten es... Das scheint der Weg nach draußen zu sein. Ja. Ich wusste, wir würden es schaffen. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Wartet! Und schon ist er wieder weg. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von kaiserlichen Wimmeln. Wir verschwinden besser. Meine Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück! Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Ja, ja, ja. Wir folgen ihm natürlich erstmal. Wir werden uns jetzt nicht einfach hier in die Wildnis begeben. Also, wir sind ja noch relativ frisch Neuling und müssen natürlich um ein paar Sachen verkaufen gehen. Wir können ja kaum noch irgendetwas tragen. Wisst ihr, ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch den Kampf um die Befreiung Himmelswands anschließen. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachen bedeutet, dann Ulfrik. Und es sieht auch wirklich echt nett aus. Also, es ist unglaublich. Es sieht richtig schick aus dafür, dass man es so modifizieren kann. Es ist... Schonjek. Schonjek. Das ist das Ödsturz-Hügelgrab. Ich habe nie verstanden, wie meine Schwester es aushalten kann, im Schatten dieses Ortes zu leben. Man gewöhnt sich wohl daran. Ein Hügelgrab. Sieht da fast schon eher aus wie so ein Tempel, ne? Hm, ach wie cool. Da sehe ich gerade was. Das könnten wir auch noch einstellen. Dies sind die Wächtersteine. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall in Himmelsrand zu finden sind. Na los! Seht selbst! Ja, wir haben besondere Steine hier, ne? Den Diebelstein, den Magierstein, den Kriegerstein, der uns erlaubt, dass wir wohl schneller leveln können, ne? Ich weiß nicht. Aktivieren unter dem Zeichen des Diebes lernt ihr alle Heimlichkeitsfähigkeiten 20% schneller. Was jetzt alles darunter fällt, das weiß ich jetzt noch nicht. Das habe ich noch nicht rausgefunden, aber ich gehe immer davon aus, dass es sowas ist wie Schleichangriffe oder vielleicht Dolche. All solche Sachen halt, die so mit Dieben zu tun haben, ne? Das normale Clown. Vielleicht können wir ja Clown und skillen damit irgendetwas. Und ich glaube, das mit dem Dieb werden wir auch als erstes nehmen. Da saßt er was. So, kommen wir eben zu dem Ding. Ihr seht da hinten die Linie. Ja, das ist etwas, das ist von Skyrim mitgegeben worden. Ich habe schon viele Sachen versucht, das zu ändern. Ja, mit dieser wunderschönen Linie da drüben. Das hat ja etwas mit der Wassermott zu tun, aber das ist, ne? Ist, ist sehr kompliziert. Werden wir aber bestimmt noch hinkriegen. Hat etwas mit der Sichtweite zu tun, wie weit wir gucken können, wie weit der Rechner in Belastung gerät, damit wir noch weiterschauen können, ne? Und so weiter und so fort. Müssen wir mal gucken. Ich meine, man kann noch einiges machen an dem Spiel. Man kann aber auch einiges, ich sag mal, weniger machen. Das hier ist kein Sturmmandengebiet. Wenn wir vor den Neuigkeiten aus Helgen eingetroffen sind, sollten wir keine Probleme bekommen, solange wir keine Dummheiten machen. Okay. Falls wir auf kaiserliche Truppen stoßen, überlassen das Reden mir. Verstanden? Jo, alles klar. Du läufst vor. Und deswegen, wir müssen mal schauen mit den Mods. Vielleicht packen wir noch ein paar drauf. Für Vorschläge bin ich immer offen. Vielleicht nehmen wir auch ein paar weniger mit. Das ist ja nicht das große Problem. Solange alles miteinander harmoniert. Das ist aber schnell. Und der wollte gerade nicht, ne? Ein Wolfspilz. Nehmen wir natürlich auch gerne mit. Sehr schön. Aber es ist traumhaft schön, ne? Es ist wirklich unglaublich schön. Gerade das Wasser. Das ist... Ja, ich bin noch da. Lass uns ruhig zusammen weitergehen. Ich meine, unser... Die Sachen, die wir jetzt anhaben, ist natürlich auch ganz interessant, ne? So halb Magi, halb Kentra. Ich bin froh, dass ihr euch entschlossen habt, mit mir zu kommen. Wir sind schon fast in Flusswald. Mhm. So, und die habe ich schon die ganze Zeit gesehen. Da ist so was Besonderes. Das müssen wir uns noch angucken. Ich habe sonst noch nichts gemacht, ne? Wie gesagt, ich bin mit ihm mal hier hingereist, habe mir alles angeguckt, ob alles so funktioniert. Tiefenschärfe, dieses, jenes. Die Feineinstellungen, die man immer so kennt in solchen RPGs, ne? Damit ich das auch in Ruhe für euch hier let's playen darf. Und bisher klappt es auch wunderbar. So, und ab hier wird es jetzt blind. Nämlich in Flusswald. Tja, willkommen in Skyrim. Oha, alle unterhalten sich durcheinander. Wohin müssen wir? Wo bist du denn? Drachen? Oha. Ah ja, okay. Klingt nach einer Frau. Ah, wie schön das hier ist. Bruder, bei Maras Gnade, es ist schön euch zu sehen. Aber schwebt die hier nicht in Gefahr? Wir haben gehört, dass sie Ölfrig geschnappt haben. Gärtner, mir geht es gut. Jetzt zumindest. Seid ihr verletzt? Was ist passiert? Und wer ist das hier? Einer eurer Kameraden? Noch kein Kamerad, aber ein Freund. Ich verdanke ihm sogar mein Leben. Können wir uns irgendwo ungestört unterhalten? Wir wissen nicht, wann die Neuigkeiten aus Helgen die Kaiserlichen erreichen werden. Helgen? Ist etwas passiert? Ihr habt recht. Folgt mir. Hort, kommt doch mal kurz her. Ich brauche eure Hilfe. Was ist, gute Frau? Ist Sven schon wieder betrunken zur Arbeit erschienen? Hort, kommt bitte mal her. Arlof, was macht ihr denn hier? Hä? Ich komme gleich runter. Achso, der war da oben drauf, ne? Okay, und wer bist du? Du sollst aber jetzt nicht zuhören hier. Der ist jetzt privat. Oha, sogar Kids. Onkel Arlof, zeig dir mir eure Axt. Wie viele Kaiserliche habt ihr getötet? Kennt ihr wirklich Ulfric Stormantel? Seid still, Frohtner. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für eure Spielchen. Geht und behaltet die Straße nach Süden im Auge. Sagt uns Bescheid, wenn kaiserliche Soldaten im Anmarsch sein sollten. Och Mama, ich will noch hierbleiben und mit Onkel Arlof reden. Hört auf eure Mutter, Junge. Schau mal einmal an. Ihr seid ja schon fast ein richtiger Mann. Bald werdet ihr euch selbst am Kampf beteiligen. Ganz richtig. Keine Angst, Onkel Arlof. Ich passe schon auf, dass sich keine Soldaten an euch heranschleifen. Och. Also Arlof, was ist los? Ihr zwei seht ziemlich mitgenommen aus. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zuletzt geschlafen habe. Wo soll ich anfangen? Nun, es stimmt, was man euch über Ulfric berichtet hat. Die Kaiserlichen haben uns außerhalb von Dunkelwasserkreuzungen in einen Hinterhalt gelockt. Als hätten sie genau gewusst, wo wir sein würden. Das ist jetzt zwei Tage her. Das ist jetzt zwei Tage her.